Pennsylvania-Schulen setzen Überwachungsfenster in genderneutralen Toiletten ein. Die Entscheidung des Schulausschusses, ein Überwachungsfenster in einer genderneutralen Toilette zu installieren, wird von vielen als diskriminierend angesehen. Genderneutrale Toiletten sind wichtig, um allen Schülern einen sicheren und inklusiven Raum zu bieten. Durch die Installation eines Fensters wird die Privatsphäre der Schüler verletzt und ihr Recht auf Selbstbestimmung eingeschränkt. Es ist wichtig, dass Schulen sicherstellen, dass alle Schüler sich wohl und akzeptiert fühlen. Die Installation eines Überwachungsfensters sendet das falsche Signal und kann zu einem Gefühl der Überwachung und Unsicherheit führen. Statt solcher Maßnahmen sollten Schulen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit aller Schüler zu gewährleisten, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen. Es ist wichtig, dass Schulen sensibel mit Fragen der Geschlechteridentität umgehen und sicherstellen, dass alle Schüler respektiert und unterstützt werden. Diskriminierung in jeglicher Form sollte nicht toleriert werden. Und Schüler sollten in einer Umgebung aufwachsen, die Vielfalt und Inklusion fördert. Diskriminierung in einem schடint, at Diskriminierung in einer Umgebung in einer Umgebung, Haseln blähten wir nach dem sanctuaryen,